Vielen Dank für die Einladung zu diesem Online-Abend. Ja, ich freue mich hier zu sein. Einen herzlichen Gruß aus Jena und dann können wir starten. Mein Vorschlag wäre einfach mit einer Minute zum Ankommen in Stille. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit der Bitte, einfach ein paar Worte in den Chat zu schreiben, was hat dich neugierig gemacht, als ihr die Ausschreibung gelesen habt, dass es um Achtsamkeit, Beziehung, interpersonale Achtsamkeit geht. Wer von euch kennt diese Praxis der interpersonellen Achtsamkeit, vielleicht einfach per Handzeichen? Ja, ich sehe ein paar wenige Hände. Und wer von euch ist mit Achtsamkeitspraxis vertraut, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass alle strecken? Ist das richtig? Okay, wunderbar. Oder so. Ja, alles klar. Das ist eine gute Basis zu haben, als die Achtsamkeit, auch so wie wir es kennen, zu praktizieren, um das dann in diesen interpersonellen, zwischenmenschlichen Bereich hineinzutragen. Und ich würde beginnen mit ein paar Folien und hoffe immer, dass es klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ist es zu sehen? Ja, es ist zu sehen. Ja, vielen Dank, Edith. Genau, Achtsamkeit in Beziehung, eine Einführung, mehr wird es in 90 Minuten verständlicherweise nicht werden. Und warum überhaupt, das habt ihr gerade auch schon beantwortet, was ihr im Chat geschrieben habt, viele unserer Freuden und Sorgen sind zwischenmenschlicher Natur. Also wirklich auch das buddhistische Praxis, wo es um Dukka und die Auflösung von Dukka geht. Wir finden viel Stress, viel Auslösung von Stress in Beziehungen, natürlich auch viel Anlass für Freude. Und unsere gewohnte Meditationspraxis ist eine solitäre Praxis. Wir gehen nach innen, wir schließen meistens hier nach Tradition meistens die Augen. Es geht oft um das Innere Erleben. Auch dann, wenn wir uns mit anderen zur Meditation treffen, geht es meistens um das, was wir im Innen wahrnehmen. Und von daher eine relevante Frage, ob es einen direkteren Weg gibt, diese Kraft der Achtsamkeit in unsere Beziehungen zu bringen. Und aus dieser Frage ist im Grunde der Einsichtsdialog entstanden, Inside Dialog, eine interpersonelle, zwischenmenschliche Form der Meditationspraxis. Also es ist gedacht als mehr als ein achtsames Gespräch, sondern als eine Meditation zu zweit. Und das ist etwas, hat einen ungewohnten Charakter. Also wenn man das zum ersten Mal hört, ist es vielleicht eher so eine Note von, wie soll das gehen, zu zweit meditieren, miteinander reden, bringt uns doch raus. Und tatsächlich ist es eine ganz spannende Erfahrung. Dieser Einsichtsdialog wird häufig auch in Retreatform praktiziert. Und zu merken, der Geist beruhigt sich auf eine ganz ähnliche Art und Weise, zentriert sich auf eine ähnliche Art und Weise, auch in dieser Praxis zu zweit. Das ist nicht dann in Retreatform nicht so, dass wir den ganzen Tag mit einem Partner, Partnerin sitzen und in dieser Art und Weise praktizieren, sondern in Blöcken und dazwischen immer wieder die Praxis, die wir kennen, Meditation, stille Meditation. Ganz kurz ein Ausflug zu dieser Duyadenpraxis. Duyade bedeutet im Grunde, das ist gar nicht spezifisch für interpersonelle Achtsamkeit, das ist im Grunde jede Übung zu zweit, könnte man Duyade nennen, meines Verständnisses. Und dieses Resource-Projekt, das sehr bekannte vom Max-Planck-Institut, geleitet von Tanja Singer. Ich habe jetzt keine Jahreszahl im Kopf, aber es ist doch einige Jahre her, 2013, 14, 15, vielleicht um den Dreh. Da war die Duyadenpraxis ein zentraler Bestandteil und es war für diesen Forschungszweig von Achtsamkeit, Meditation, Mitgefühl, war das eine Riesenstudie. Ich bin mir sicher, dass viele von euch die kennen, ich möchte hier an dieser Stelle auch gar nicht tief drauf eingehen, sondern einfach, es gab drei Kohorten, beziehungsweise vier, die sind hier aufgeführt, die wurden in einem übern Zeitraum von neun Monaten hier durch verschiedene Module angeleitet und begleitet. Und es gab zum Beispiel eine Gruppe, die hat begonnen mit einem Präsenzmodul, da ging es so um einen Bodyscan, um eine Sitzmeditation mit einem sehr starken Fokus auf Präsenz und weniger auf mitfühlende oder annehmende, akzeptierende Wahrnehmung. Und dann diese beiden Module, Fürsorge, Mitgefühl oder kognitive Perspektivübernahme, wurde sehr viel in Duyadenform praktiziert. Das ist auch der Grund, warum ich diese Studie hier anführen möchte. Und vielleicht, ohne hier jetzt sehr tief drauf einzugehen, ich finde auch meine Maus gar nicht mehr, in diesem grünen Block Perspektive, da wird trainiert, mit einem anderen Menschen sich hineinzuversetzen. Also das geht mehr über die Kognition, mehr über das Denken, wie mag sich mein Gegenüber fühlen, wenn ich im Gespräch mit ihm bin. Und dann gibt es die Affekt-Dyaden, das ist dieser rote Kreis, diese rote Domäne, da geht es um mehr die Herzensebene, um ein Mitgefühlstraining und Umgang mit schwierigen Gefühlen etc. Da wurde sehr viel praktiziert, liebende Güte und eben diese Affekt-Dyade. Und ich möchte wirklich, das sind mehrere Papers hervorgegangen aus dieser sehr groß angelegten Studie, möchte nur zwei kleine Ergebnisse herausgreifen, die, finde ich, für diese interpersonelle Praxis interessant sind. Und das ist, während alle Übungen die Aufmerksamkeit verbesserten, erhöhte das affektive Training, also dieses Mitgefühlsbasierte Training, das Mitgefühl am stärksten und nur das Perspektivtraining verbesserte die Fähigkeit, die Perspektive anderer besser zu verstehen. Also zumindest in dieser Studie gab es eine tieferes, eine wachsende Kapazität, uns in andere einzufühlen, mitzufühlen und einzudenken, speziell durch diese Diadenpraxis. Und der andere Befund war, dass während alle Übungen das subjektive Stressempfinden reduzierten, was auch schon was wert ist, dass sich Teilnehmer weniger gestresst fühlen, die Probanden wurden auf allen Ebenen durchgemessen, hatten sehr viele Untersuchungen laufen. Und da kam raus, dass nur die Diadenpraxis die stressbedingte Cortisol-Ausschüttung um bis zu 51 Prozent senkte. Und die haben sehr unangenehme Stresstests gemacht, also in sehr reale Stresssituationen ihre Probanden hineingeführt und konnten zeigen, dass speziell die Sudiadenpraxis besonders wirksam ist gegen Stress. Gut, das war ein kleiner Exkurs, zurück zum Einsichtsdialog. Der wurde entwickelt von Gregory Kramer, buddhistischer Meditationslehrer aus den USA. Unten rechts ist ein Buch, was im Abo-Verlag erschienen ist, Einsichtsdialog, Weißer und Mitgefühl durch Meditation im Dialog. Es gibt eine Homepage, wo sehr viele Angebote verlinkt sind, weltweit, und eben auch zum Teil leider nicht so sehr viel im deutschsprachigen Raum. Und das bringt uns zur eigentlichen Praxis des Einsichtsdialogs und die besteht aus zwei wesentlichen Elementen. Das eine Element sind die Guidelines oder Leitlinien. Und wir können uns das vorstellen wie Meditationsanweisungen für diese spezielle dyadische interpersonelle Praxis. Ganz ähnlich wie es Meditationsanweisungen gibt für die solitäre Praxis, die wäre, setz dich gerade hin mit einem stabilen Sitz und bring immer wieder die Aufmerksamkeit zurück zum Atem, beispielsweise als eine sehr basale Instruktion. Hier gibt es sechs Leitlinien und ich würde die hier einfach mal kurz benennen und dann noch ein bisschen näher beleuchten. Innehalten, entspannen, öffnen. Das ist alles etwas, was wir auch in der solitären Praxis machen können, wenn wir nur für uns sind, dass wir innehalten für Momente und immer wieder, dass wir entspannen, Schreckstrich, erlauben, dass das, was da ist, da sein darf. Das ist Akzeptanz. Und mit öffnen ist gemeint der Fokus unserer Wahrnehmung. Der kann sehr fokussiert, sehr eng sein, der kann weit sein und der kann einen innen oder außen oder einen sowohl als auch beinhalten. Und dann gehen die Guidelines 4, 5 und 6, sind nochmal speziell auch für den interpersonellen Bereich, dem entstehen Vertrauen, beziehungsweise der wurde geändert, aber ich finde griffiger nach wie vor diese alte, ältere Formulierung, dem entstehen Vertrauen, tief zuhören und die Wahrheit sprechen. Bei den letzten beiden ist es recht deutlich, dass es sich auf diese zwischenmenschliche Praxis bezieht. Und das sind die Guidelines auf Englisch. So, um hier, und ich möchte hier wirklich nur streifen an dieser Stelle, damit wir noch mehr Platz haben in diesen eben nur anderthalb Stunden, um zumindest mit einer dieser Guidelines zu praktizieren, innehalten, entspannen. Im Grunde sehe ich das wie die Basis für Achtsamkeit schlechthin. Ich stelle mir, oder wenn ich Achtsamkeit vorstelle, spreche ich oft von zwei Flügeln der Achtsamkeit, was für mich ein mögliches Anschauungsmodell ist. Das ein Flügel wäre diese Präsenz. Und das Tor zur Präsenz wäre ein Innehalten, ein Raustreten aus Reaktivität, aus unserem Autopiloten. Und der andere Flügel wäre für mich die Akzeptanz, die Gelassenheit, und das, wie wir mit dem, was wir präsent wahrnehmen, dann in Beziehung sind. Und das ist gemeint mit entspannen. Entspannen ist so ein bisschen tricky, weil wir das nicht hören sollten als entspannendig mit einem Ausrufezeichen dahinter. Das ist mehr eine Erinnerung, dass Entspannen möglich ist. Dass wir in diesem Moment vielleicht unnötigerweise die Schultern hochgerufen haben. Dass wir die ein bisschen lockerer lassen können. Ich habe gerne die Ergänzung Erlauben hinter Entspannen. Dass es wirklich darum geht, das, was da ist, darf da sein. Ich muss nicht dagegen sein. Aber wenn Widerstand da ist gegen meine Erfahrungen, dann darf auch der Widerstand da sein. Das ist gemeint mit entspannen. Öffnen, hatte ich gerade schon gesagt. Dieses Spielen auch mit dem Fokus der Wahrnehmung. Wir müssen es öffnen, um im Gespräch mit jemand anderem achtsam auch für unser Gegenüber zu sein. Wenn wir nur die Nasenspitze erachten, werden wir herzlich wenig vom Gespräch mitkriegen. Ist das Tempo okay? Können wir mal ein Zeichen geben? Gut, wunderbar. Wenn es Unklarheiten gibt oder Fragen, einfach zwischenrein. Dem Entstehen Vertrauen, oder die neuere Formulierung wäre, sich auf das Entstehen einstimmen. Es darf noch ein bisschen geschliffen werden vielleicht. Wunderbare Leitlinie, mit der wir wirklich ganz tief praktizieren können. Auch speziell in diesem Inquiry, was diejenigen, die die Achtsamkeit unterrichten kennen, von MBSR oder anderen MB-Programmen. Dieses Pläne loszulassen, unsere Agenda loszulassen, wo wir glauben, hingehen zu wollen oder zu sollen oder zu müssen. Dass wir in diesen Gesprächsraum hinein loslassen und wirklich anwesend sind mit dem, was sich von Moment zu Moment entfaltet. Eine wunderbare, wirklich tiefgehende Praxis, ja, die auch sehr uns diesen Aspekt der Vergänglichkeit beleuchtet. Also ein Bild dafür wäre, die Welle des Augenblicks zu surfen und wirklich ganz präsent zu sein. Wenn wir an Späte denken oder an Vorher, dann fallen wir vom Brett. Tief zuhören. Auf einer ganz basalen Ebene, glaube ich, wissen wir alle, was damit gemeint sein kann. Und es gibt noch zusätzliche Ebenen von, wie wir wirklich lauschen können. Nicht nur unserem Gegenüber, auch uns selbst. Auch dem, nicht nur den Worten, sondern auch den Zwischentönen, der Melodie, der Sprache, der Art und Weise, wie der Körper Bedeutung und Emotion transportiert. Und zuhören zu können, vielleicht auch auf so einer Ebene von energetischer Präsenz. Und als sechste und letzte Guideline die Wahrheit sprechen. Auch aus der buddhistischen Ethik heraus, das wäre eine sehr naheliegende Bedeutung, nicht zu lügen. Aber auch hier gibt es ganz viele Nuancen, was bedeutet, die Wahrheit zu sprechen. Wäre in diesem Fall, was gemeint ist, ist die Wahrheit die subjektive Wahrheit. Hier gibt es weniger um eine absolute Wahrheit, die wir wahrscheinlich nie sprachlich werden fassen können, aber eine subjektive Wahrheit, nämlich unsere, dieses Augenblicks in Worte zu fassen. Und dafür brauchen wir wiederum Achtsamkeit. Wir müssen, um unsere Wahrheit, dieses Augenblicks zu sprechen, dürfen wir sie zunächst einmal überhaupt wahrnehmen. Und zu sagen, ja, mir selber zuhören, was möchte denn gesprochen werden? Was ist jetzt lebendig? Was hat jetzt Resonanz auch in meinem Körper? Mit welchen Worten möchte ich das transportieren? Also auch das eine sehr, sehr starke, kraftvolle Praxis. Ich sagte vorhin, die Leitlinien ist eine Dimension, ein Pfeiler und der andere Pfeiler des Einsichtsdialogs, der interpersonalen Achtsamkeit, der Inhalt, über den wir sprechen, das kontemplative Element. Also die Leitlinien sind das Wie und die Kontemplation ist das Was des Einsichtsdialogs. Elisabeth, du hast eine Frage? Ja, in diesen Punkten, was ich da so ein bisschen vermisse, ist das Bewerten oder beziehungsweise nicht Bewerten. Ist das da irgendwo beinhaltet? Weil das finde ich ja bei der Kommunikation so wichtig. Vielen Dank für deine Frage. Die habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt und wahrscheinlich ist die an mehreren Punkten beinhaltet. Also im Innehalten. Werten, Bewerten hat ja auch was mit einer, mit einer, mit Kognition, mit Gedanken, mit gedanklichen Gewohnheiten zu tun. Also in diesem Bemerken, in diesem Innehalten wäre da, würde es vielleicht auftauchen, in die Wahrheit sprechen. Da sehe ich es auch wieder drin. Also ich würde vermuten, dass wir Aspekte davon in mehr als nur ein oder zwei Guidelines wiederfinden. Aber vielen Dank für die Frage. Ich notiere es mir mal und hoffe dann beim nächsten Mal eine noch ausgefeiltere Antwort zu geben. Oder hast du einen Gedanken dazu, Elisabeth? Nee, weil ich finde das, also innerlich, bei mir taucht das oft auch und ich finde es auch ein Thema, wenn andere Menschen, mit denen du dich unterhältst, immer zu bewerten. Ja. Andere. Und das finde ich so ein Hauptkonfliktthema. Deshalb. Also, genau. Ich finde es auch bei mir selber, dass das so ist und loszulassen. Und das ist natürlich ein bisschen was mit dem Los-Konzepte loslassen. Ja. Genau. Da taubt es auch auf. Mit Konzepte loslassen, mit Agenda loslassen in der vierten Guideline. Und es gibt keine eigene Leitlinie dafür. Also das ist, glaube ich, da kann ich dir sehr zustimmen. Okay. Nochmal zurück zu der Kontemplation, zu dem Was, also das, worüber wir sprechen. Und da gibt es verschiedene Inhalte, einen kleinen, wie so ein Gesprächsstaater, eine Frage. Und das sind Themen, die Buddhismusnah sind oder sehr buddhistische Themen. Aber im Grunde könnte man das füllen mit jedem Inhalt, der gerade für uns relevant ist. Also Beispiele, die häufig verwendet werden, sind Wandel und Unbeständigkeit, wechselseitige Verbundenheit, Rollen, die wir in unserem Leben, in unserem Alltag einnehmen, Stress, Leiden und der Weg daraus etc. Ich habe hier mal dieses Zitat von Martin Buber eingestreut. Das wäre, wir können uns verlieren, gerade wenn wir anfangen, in dieser interpersonellen Praxis zu denken, jetzt muss ich hier sechs Guidelines jonglieren, worum geht es denn überhaupt, kann ich all diese Bälle in der Luft halten? und wirklich so eine Basis wäre diese Perspektive von Buber, dass ich wird am Du. Mit dem Du ist gemeint, ein präsentes Gegenüber, das kann ein menschliches Gegenüber sein, das kann eine Gemeinschaft sein, das kann auch Natur sein, das für mich präsent ist, das mich meint und das mich wirklich in Verbindung gehen lässt, das mich auch transformiert durch dieses Du-Sein. Also wir brauchen Du und wir brauchen ganz viele Du's und nicht irgendwelche Menschen da draußen, sondern Menschen, die wirklich präsent sind, die bereit sind, uns zu hören, uns zu sehen, uns zu meinen. und da entsteht was ganz Besonderes, vielleicht sogar was Magisches, wir können das nennen Begegnung und Buber sagt, alles Wirkliche, alles authentische Leben ist Begegnung und vielleicht kriegt ihr heute auch noch einen ganz kleinen Geschmack da, wenn wer weiß. Okay, ich möchte diesen Input-Teil langsam zum Ende bringen und dann wirklich, um zur Praxis übergehen zu können, Inhalt für heute ist, also die Leitlinie, mit der ich gerne mit euch praktizieren würde, wäre die erste, nämlich Innehalten. Innehalten als das Tor zum gegenwärtigen Moment. Ohne Innehalten bleiben wir einfach in unserem Narrativ, in unserer gewohnheitsmäßigen Erzählung, im Default-Mode-Network, wie die Neurowissenschaftler sagen, wo wir einfach uns unsere eigenen Geschichten erzählen oder jemand anderem unsere Geschichten erzählen und in beide Richtungen. Und ein Innehalten, das muss nicht viel Zeit brauchen. Das kann eine ganz kleine Pause sein und wir können selbst lernen, innezuhalten, während wir sprechen. Also Innehalten ist nicht zwangsläufig gemeint mit, das muss eine Pause geben in unserem Reden und gleichwohl ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir damit praktizieren, Pausen zu lassen und die auch als solche wahrzunehmen. Innehalten erlaubt uns langsamer zu werden, aus unserer Reaktivität herauszutreten und in diesen Momenten des Innehaltens bewusster zu werden, was im gegenwärtigen Moment eigentlich da ist, Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, Sinneswahrnehmung, innen und außen. Das habe ich vorhin gefunden. I had an Epiphany, sagt die Linke. Was sind das? Wird eher eine Maus sein im Laufrad. Ich hatte eine Erkenntnismoment oder eine Erleuchtung, eine Offenbarung und es hat offenbar mit Innehalten zu tun oder sowas wie, ja, können uns das selber vorstellen. Wir müssen ja gar nicht immer zu weiteren könnte es sein. Okay. Ich glaube an dieser Stelle, wenn es auf dem da mit drauf ist, in dem, in der Aufzeichnung, dann muss ich hier an dieser Stelle gar nicht viel dazu sagen.